Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer? Hallo Sie, heute. Heute Woche Nachmittag, ja, ich bin am Mistführen. Mit dem Mistcenter des Maschinenring-Erfigen. Mistplan auf, Maschinenring-Erfigen. Wie man sieht, muss sich hinten die Scheibe offen halten, damit ich an die Bedienungselemente komme. Das ist noch nicht elektrohydraulisch gesteuert, die ganze Sache. Und das liebe ich nicht. Da kommt ein ganzer Staub und Verrack in meine Kabine. Aber jetzt kann man nicht ändern. Da ist das halt so. Hier ist mein Mistführen. Hier gibt es dann fürbissplatz, wenn der Plan, wenn die Rechnung aufgeht. Und dann, äh, Speichelkante erlüften. Und da trägt der Traktor fertig. Mit der Speichelkante der Schwindigkeit von drei verstopften Kilometern. Who weiß interchange? Find an wie ein 하나! In der Betroffen эн publishing. Eine Wahrheit. Who weiß anderes? Ich guckee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.